Ich glaube, mir ist noch eine Grenze aufgefallen, wie du gesagt hast, zur Rahmansetzung. Also ich glaube, die Grenze ist dort, dass wenn du zu Fuß gehst und quasi spazieren gehst, dann möchte ich Daniel Kahnemann zitieren, ich hoffe, Kahnemann ist jetzt richtig, wo er sagt, er hat seine beste Arbeit geschrieben, wie er auf der Universität in Jerusalem war, mit einem Kollegen von ihm, den er jetzt nicht mehr weiß, wer das war. Und die zwei haben über Jahre hinweg ihre Denkarbeit während Spaziergängen erledigt und haben sich gegenseitig gechallenged, inspiriert und zum Denken einfach, zu Höchstleistungen im Denken gebracht. Und mein Punkt ist jetzt folgender, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob du einfach auf irgendeiner Straße oder vielleicht noch schöner in irgendeinen Waldweg gehst und einfach stehen bleiben kannst, tun kannst, schauen kannst, was auch immer, oder auf einem mechanischen Laufband, dem das einfach vollkommen egal ist, ob du jetzt gerade denkst, nicht denkst, runterfallst oder was auch immer. Das heißt, ich würde ja behaupten, du musst schon einige Energie darauf aufwenden, von diesem blöden Laufband nicht runterzufallen, damit du, einfach weil dem Ding das halt komplett egal ist, was du da aufführst. Und das will ich schon als einen der Hauptargumente finden, warum das wahrscheinlich zwar eine liebe Idee vielleicht, also klingt wie eine liebe Idee, aber im Zweifel wahrscheinlich keine so gute Idee ist. Das heißt, ich werde das nicht mehr so gut machen, denn ich nehme jetzt sicher, klar schlägt, natürlich brauche ich den Asteroid. Ich muss jetzt nicht mehr, aber ich sage, ich kann es nicht mehr so gut machen, ich sage, ich habe es dann nicht mehr. weil ich das nicht mehr so gut machen, Das ist jetzt ungefähr so gut. Dann können wir das mal im Zweifel genauso unterschieden,